Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Apex mit dem Alex. Hallo. Und außerdem dem hier, der jetzt auch sprechen darf. So, wir sind immer noch beim Tierumzug. Wo hier überall Eier drin liegen, ey. In der Essenskiste, in der sonstigen Kiste. In dieser Kiste, in 5000 Kisten. Ich glaube, wir können einfach die Hühner jetzt alle umbringen. Wir haben irgendwie 6, 7, 8 Stacks verteilt auf die ganzen Kisten. Ja, also die Hühner da rüber zu ihnen ist nicht gut. Also ich versuche jetzt mal ein paar Kühe mitzunehmen. Mal gucken, wie viele mitkommen. Also ich schlachte jetzt mal durch, vor allem weil hier noch Eier jetzt wieder drin liegen. Ja, also die Hühner kannst du wegmachen. Mach ich auch gerade. Das ist echt kein Ding. Mein Inventar ist relativ leer und noch was für ein Glück, also noch. Ich mache jetzt mal ein paar Truhen, die keinen Sinn haben, aber wir haben einfach keinen Platz. Und ich habe jetzt keine Lust hier, ein Truhensystem zu entütteln. Nach hinten, nach hinten auszubauen, vor allem nicht erstmal, ja. Das, ich mache es erstmal hier, da wo noch die Truhchen ist. Ich mache euch noch einen neben, neben den Amboss. Ne, neben nicht neben Amboss. Über dem Amboss. Nein, fuck. Das war dumm. Das war dumm. Das sieht jetzt mal, ja, aber mein Inventar sieht ja noch ganz gut aus. Sehr gut. Na, sorry, die Truhen klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich habe einfach keinen Platz mehr in den Inventar. Und alle Truhen sind voll. Alle. Oh shit, ey. Nice. Ruhe im Puffieren. Die Leute wissen einfach nicht, wo sie ihre... ...angrein machen sollen, ja. Und jetzt fange ich direkt auch an, mit auszumachen. Level 20 jetzt. Juh. Ich habe mich dann radikal schlagen. Ich habe noch mal drei Stacks Eier eingesammelt. Nur. Ja, reicht aber. Wenn ich immer vorbeilaufen kriege, ich immer direkt... Ja, die sterben ja auch schon wieder. Also, die sind ja auch alle ausgewüxt. Also, keine Ahnung. Juckt mich jetzt auch gerade gar nicht so, weil wir... Eh, wir haben genug. Wir haben acht Stacks insgesamt oder so. Das reicht dafür, dass wir... Die Kür sind ausgebrochen, Antonia. Ähm, ja, ich bin eigentlich gerade dabei, die zu überführen, aber das klappt nicht so richtig. Warte mal, ich helfe dir jetzt gerade mal. Das ist aber... Ja, hallo. Dann mach ich gerade einfach mal in den Seilen, ja. Ja. Line. Ich mach hier gerade was total Spannendes. Ich baue den Hühnerstatt ab. Wie das aussieht. Auf jeden Fall haben wir hier schon jede Menge jetzt gemacht gerade, muss man so sagen. Antonia, wenn du das gleich siehst, das sieht so mega witzig aus. Antonia, dreh dich mal um. Komm mal hier. Ja, ich mach das halt mal auf die alte Art und Weise. Antonia, soll ich deine auch nehmen? Nö, nö, ich hab hier meinen Weizen und... Dann laufe ich gleich einen Bogen um dich, weil sonst heulen ja die auf zu folgen. Und das wollen wir ja nicht. Kommt mit hier, Kühe. Guck mal, hier vorne ist ein Loch, da kannst du sie einfach so rein... Ich seh's. Kicken. Wie sie mit der Herrla um ist. Das sieht so witzig aus. Alter, was ist eine Armee? Oh, nee, das war jetzt ausgebixt. Cool, guck mal rein. So, ich brav. Jetzt ist auch noch dieses scheiß Dach. Leider. Naja, aber dann haben wir wirklich, wenn wir uns jetzt bei allen, dann kriegen wir uns sogar noch jetzt in der Folge unter alles. Mit dem Umzug. Oh, mir fehlen noch ein paar Leinen. Ja, es kann sein, dass ich auch eine aufgenommen habe. Nee, hab ich nicht. Ist ja nicht schlimm. So, Kühe, komm, die, die Rest der Kühe können wir, äh, wieder da sind. Jo. Können wir... Also hast du wieder Zäune dabei zum Zumachen? Äh, ja. Sonst hätte ich auch noch welche. Ah, so, okay. Ja, wenn's die richtigen sind. Du hast der andere, oder? Nee, nee, ich hab auch die... Eichenholz, okay. Jo. Oh, hier sind Schafe. Hm. Schafe sind alle drüben, also die wichtigen, oder? Ja. Okay. Dann können die auf dem Weg, können die ja weg. Also Kühe können weg und Schafe können weg. Jetzt fehlen noch die Schweine und die... Wiener machen wir sowieso extra. Hier auch schon wieder... Also soll ich nicht doch die Schweine mit, mit den Leinen holen, weil... Okay, mach du das mal. Das geht dann ziemlich schnell, viel schneller. Dann kannst du, äh... Ja, keine Ahnung. Dann mach ich mal derweil die Hühner und hol mir ein paar Eier. Genau. Die sind überall, die sind in den allen Drohnen eigentlich drinnen. Ah, ja. Aber ich würde dann sagen, wir machen die, die Hühner, dass die nicht so, äh, auf die andere Seite vom Wasser. Dass die nicht irgendwie da mit dem Wasser in Berührung kommen. Keine Ahnung, ich trau den Hühnern da mehr zu, als mit dem Schwein. So. Was soll denn noch so? So, ah, Erde, noch ein Stack, bitte. Ach, zack. Irgendwie ruckert mein Spiel gerade ein bisschen. Obwohl ich weiß, ich fbs bin, das ist auch geil. Oh. Ein paar Eier, hier sind bestimmt auch noch genau... Das sind überall verteilt, in allen Drohnen irgendwie Eier. Okay. Ich hab auch noch drei Stacks, die ich anschmeißen kann. Also, wo sollen jetzt die Hühner hin? Scheiße. Hinten, links. Also, da, wo nicht das Wasser ist. Die Schweine sind zu dumm. Da, wo nicht das Wasser ist, okay. Die Schweine, die Schweine sind zu dumm. Ja, ich merk, dass hier grad ein paar rumlaufen, ja. Fuck, alle allein sterben. Boah, ist er dumm. Ich meine, die sind alle dumm. Boah, aber ist er dumm. Die wollen sterben. Die wollen nicht umgesiedelt werden. Die kommt... Ey, die sind so... Die wollen nicht umgesiedelt werden. Die wollen zu Hause bleiben. Boah, hier, den da, den, den. Den, den. Oh, nö. Ach, hab ich da magst. Des. Des, des, des. Die kommen aber nicht hoch. So, hab ich diesen scheiß Hühnerschall jetzt auch mal bald weg. Boah. Hat auch nicht nur 10 Minuten gedauert, also. Na komm, kommt der mich hoch jetzt? Ah, geht doch. So muss das sein. Zack, zack. Alter. Alter. Jo, wahrscheinlich wie das aussieht mit den 5000 Leinen, die bei den Enten, ne. Soll ich dir vielleicht mal dann einen Eingang machen für die 5000 Leinen? Ja, aber eigentlich kann ich... Du brauchst ja nur die oberste Reihe wegzumachen von den Zeugern. Ja, ja. Du musst grad ein kleinem Umweg laufen, weil die nämlich so behindert waren. Das reicht aber, was du hast, oder? Dann schlachte ich den Rest hier. Ja, den Rest kannst du... Die restlichen können das zeitliche segnen, ja. Ja, okay. Perfekt. Hier sind auch noch... Kommt! Wir sind auch schon drüben, oder was? Ja, hab ich auch den Weg verloren. Ja, wir haben jetzt schon alles drüben. Also, wenn die Schweine noch da sind, ist es fertig. Alles, was hier jetzt noch rumläuft, an Tieren, ist einfach gekriegt, fertig. Gestaltet sich schwerer als gedacht. Das ist mein Invertal wirklich voll. Oh mein Gott, ey. Wie viel Scheiß ist das denn? Weil die sind ziemlich dumm. Wie viel Fleisch und so ein Scheiß. Ach ja. Und die sind so viele Löcher, die müssen mit allem mal gestopft werden. Das sieht aber so scheiße aus. Äh, welche Löcher jetzt? Zum Beispiel hinter dem Mobbinghaus. Ach so, da hinten, ja, ja, das ist alles noch kaputt. So. Kommt mal den geilen Schweine, kommt. Kommt mit mir. Gehst du außen rum, oder wie? Ja, die waren so dumm, um aus dem Zaun rauszukommen. Die waren so doof. Die sind an dem Erdblock, haben die alle auf einem Fleck gestanden. Und kamen da nicht raus. Wie, dann mache ich nochmal da hinten. Hörfliche verloren? Das ist nicht scheiße. Komm. Abholen, Abholen ist nicht. So. Inventar, wenn ich jetzt ein bisschen... Okay, schau mal hier. Bisschen aufgeräumt. Jawoll, Juhu. So, Fichten, Holzzahn, Fichten, Fichten. So. Wie kriege ich das jetzt die Seile weg? Indem du nochmal auf sie draufklickst, denke ich. Oder indem du es wo festmachst und dann abschlägst. So, ab, 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 ab. Nein, da ist die Tür offen. Nein. Hier, du müsstest hier noch den Rest dann zu machen. Ja. So, ich komme jetzt aber auch nochmal. Obwohl wir jetzt hier noch ein bisschen was rum... Äh, die ganzen Zäune jetzt noch nicht abgebaut sind, aber... Ich will auch jetzt nochmal die paar Eier jetzt erst wegschmeißen, die ich da habe. Ah, gut. Oh. Scheiße. Was denn? Ich habe mir meine Axt, mir meine Axt weggeworfen. Ah, das sieht schon mal gut aus. Jo. Kannst du den anderen Zaun mal noch setzen bei den Schafen, Pia? So. Also, wenn die echt nicht genug Platz haben, aber dann... So. Das geht doch. Das sieht euch immer gut aus. So, ich bau doch mal den Rest ab. Oh, meine Axt wieder voll. Das ist einfach dauernd voll hier bei sowas. Oh, falsche Richtung. Da bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Okay. Oh, genau. So, ich habe alle dicke Augen irgendwie in einem Augenbrauen. Voll angeschwollen. Oh, das sieht auch wirklich schön aus. So, noch der Weg hier sieht noch ein bisschen scheiße aus. Aber ein bisschen Kies noch. Ich habe tatsächlich was dabei. Das jetzt reicht aber auch. So. Ja, perfekt. Nice. Sehr schön. Wir müssen dann eh mal hier wirklich radikal verschönern. Verschönern. Ja. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Radikal verschönern. Ja, ich meine die ganzen Unebenheiten, die hier sind, das müssen wir angleichen. Ja, vor allen Dingen hier noch nach hinten raus, wo ich dann auch die Farm jetzt noch hinbauen will. Da muss ja auch noch... Wir wollen hier eventuell noch eine Holzplantage hinbauen. Wir wollen hier noch eine Farm hinbauen. Und vielleicht kommen da auch Gebäude hin, weil wer weiß, wie viel Platz die brauchen. Ja, klar. Aber die Bäume, äh, Gebäude sollten wir lieber ein bisschen hier in die Mitte dann einsiedeln. Ja, da haben wir aber auch nicht einen Platz für. Da haben wir jetzt schon mal gerade Platz geschafft, wenn wir alles da noch jetzt noch abbauen und sollen gerade. Ja, für allen Gebäude vielleicht. Weil die Gebäude sollen keine zweimal Thema-Thema-Thema sein. Und vor allen Dingen hier in der Mitte hätte ich auch schon gerne den Beacon hin, weil hier relativ zentraler Punkt ist. Ja, das was hin? Den Beacon. Was? Boah, Alter. Wegen dem, wie wir das mit Wither Skidat Scheißdreck gemacht haben. Und dann noch den Wither spawnen müssen und besiegen müssen. Und dafür noch jede Menge, die, äh, Eisen verschwenden müssen, weil das auf einer, auf einer, auf einer pyramidenförmigen Dings stehen muss, was auf einer pyramidenförmigen Dings, ähm, Dings stehen muss mit 5 mal, also mit erst, mit, was ist das? Dings, Dings, Dings? Mit 9 mal 9, nee, wir mal kurz, erst mit 13 mal 13 Eisen, dann 11 mal 11 Eisen, 9 mal 9 Eisen, 7 mal 7 Eisen, 5 mal 5 Eisen. Oder so, in der Art. Also das sind irgendwie die 1500 Eisen oder so, die wir dafür brauchen. Okay. Ja, genau so, irgendwas war's in der Art. Ja, ist halt einfach, gib mir ja leicht hin. Das klingt, wir haben wirklich schon scheiß viel Eisen, so kann man es nicht sagen. Aber kein 1500. Ja gut. Das sind, das ist auf jeden Fall jede Menge. Weil jetzt halt wirklich, man muss die Blöcke, also man muss die Eisenblöcke halt da hinsetzen. Ja, circa 30 Stacks ungefähr, da haben, das war noch was. Aber das sind auch Springsticker, man kann das Ding auch aus Diamanten machen, nur ich verstehe den Sinn daran nicht. Weil ich hab nirgendwo im Wiki gelesen, dass das irgendwie einen Unterschied macht, wo man jetzt Eisen oder Dias verwendet. So, meine Metalle, nee. Warum nehm ich da nix auf? What the fuck? So. Immer verfligst, ey. Immer hat man zu viel Erde, jetzt brauchen wir wieder Tonnen an Erde wahrscheinlich. Jetzt ebnen. Ja. Wir haben nämlich hier wieder holen, aber noch an, noch drei, vier Minuten haben wir noch. Ebenen. Aber jetzt ist es wirklich schön, ausgleich. Kann man nicht eigentlich nichts sagen. Und ordentlich. Schweinefleisch aufnehmen, juhu. Kann ich mir dann das nächste Mal mehr aufnehmen, kann ich mich dann wirklich mal um das Feld kümmern. Also erstmal müssen wir uns irgendwie darum kümmern, dass wir da hinten alles mögliche ebnen. Sowohl für ne Baumfabrik, als auch für Felder. Und, ja, dann kann ich auch die Felder bauen. Okay, das war's gleich mit meiner Erde. Aha. Ja, bei mir auch, aber in der Kiste. Ich hab vorhin irgendwie sechs, sieben Stacks in die eine Kiste, in die Erdkiste abgelegt. Von daher haben tun wir auf jeden Fall. Nicht da. Zu dritt stehen wir uns irgendwie voll für den Weg rum. Okay, ich hol mal noch was. Braucht ihr auch noch Erde? Oder habt ihr so weit? Ich hab noch zwölf. Ich hab noch nichts. Aber nicht mehr viel. Ein bisschen. Ich hab genau jetzt nichts mehr. Ich glaub, viel brauchen wir auch nicht mehr, ne? Nö, nö. Okay, hier ist mal ein Stack. Ja, das wird reichen. Und alles reichen. Jedenfall. So, ich hab jetzt auch nichts mehr. Ja, jetzt merken wir mal, wie viel Platz man hier noch hat. Ja, übertrieben. Aber ich find, die, 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 guck mal, jetzt mal... Aber jetzt ausläuft der sozusagen hier gleich ne Party. So. Und dann mach ich hier mal, hier ist der Dschungel. Find ich, der, äh, steht da nicht so günstig, weil... Hm. Ich weiß nicht. Ob wir ein Rathaus wirklich einen Dschungel anbauen wollen? Nö. Ja, das müsste man doch nochmal mit allen absprechen. Ja, das soll zuwildern. Rathaus juckt keinen. Wie man das dann genau mit der, mit der Platzierung macht von den anderen Gebäuden. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier jede Menge Platz, einfach nur. Das ist schon mal nice eigentlich. Boah, Alter, wie viel Platz, ey. Ich glaub, das hatten die noch nie. Oder schon lange nicht mehr, auf jeden Fall. Am Anfang, als wir das noch nicht kannten, ja. Ja. Da haben wir doch wenigstens mal ein bisschen, bisschen was geschafft. Ah, ja, deutlich was geschafft, muss ich mir sagen. Oh! Ja, das war so klar. Scheiße. Du musst wirklich genau nur auf unten zählen und nicht auf irgendwie oben drüber oder so. Och, nee. Ja, der macht doch schnell zwei Dinger und Kürbis haben wir auch noch. Das dauert eine Sekunde. Ich weiß aber nicht, wie der geht. Zwei Schneeblöcke und ein Kürbis. Äh, Schneeblöcke, haben wir die? Weißt du, Wolder? Nee, zweimal Schnee. Ja, die haben wir, ich glaub, ganz unten in der sonstigen Kiste. Und zweimal Schnee hab ich schon. Ich hab schon zwei Blöcke gemacht. Okay. Und Kürbis? Warte, hab ich auch gleich. Hab ich einen, gell? Ja. Hab ich auch. Ist ja auch eine Wirtzern-Torch eigentlich drauf. Egal. Ich brauch' ich meine Steine wieder. Steine. Und wie geht das jetzt? Von oben. Und dann aber wieder zubauen. Ich hab aber nichts mehr hochbauen. Bitteschön. Oh. Ja, passt. Hast du aufgenommen? Dreck wieder da zumachen, sonst schmilzt der Typ, ne? Jo, perfekt. Kraster. Achso, du willst noch was machen, sorry. Jetzt hast du die Wirtzern verklaren aufgenommen. So. Na gut. Aber es sieht doch wirklich sehr gut aus, jetzt haben wir in drei Formen wirklich was geschafft, alles ist umgezogen. Jetzt muss man nur noch trüben, wirklich übertrieben, hochzüchten eigentlich wieder. Was, wenn es jetzt hoffentlich auch überhaupt nicht mehr irgendwie die Tiere durchglitschen, gut funktionieren sollte. Ja. Bin ich jetzt mal gespannt, ob da nicht irgendwie dann doch nochmal was durchglitscht, was scheiße wäre. Aber wenn wir dann sehen. Ja, was haben wir denn hier eigentlich nochmal alles? Haben wir jetzt schon vorgelesen? Ich glaube schon, aber egal. Rathaus, Bibliothek, Uni, Schule, Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus. Also ich würde davon nichts bauen. Nee, ich auch nicht. Weil das alles so kreative Sachen sind. Bist du dumm für? Nee, das ist mir zu modern. Ich mag nicht so modern bauen. In Minecraft, du kannst ja auch ein altes Rad ausbauen, aber trotzdem in Minecraft ist es ein bisschen naja, mag ich nicht, keine Ahnung. Ich bin einfach zu unkreativ. Ich bau lieber eine Keksfabrik. Ich bau lieber ein Feld da hinten und ein Dings und für schon eine Keksfabrik oder irgendwas Süßes. Ja, machen wir es mal. Und dann sind es ja alles nur Anregungen und keine geplanten Sachen. Ja, klar. Aber was sollen wir sonst bauen? Eigentlich würde ich hier gerne was draufschreiben, aber ich glaube, das kommt nicht so gut an. Weil hier steht ja Anfragen für Material aufgeregt. Ah gut. Schwarzes Brett. Da würde ich eigentlich gerne was draufschreiben. Du weißt auch was, aber... Oh, ich will auch was draufschreiben. Nein, Alex. Jeder schreibt das was drauf. Du weißt genau, was ich meine. Das ist cool. Ja. Auch Hadi? Wie auch Hadi? Hadi. Pilsmeet. Was mit dem? Äh, dass ich das draufschreiben will, was er schon mal wo geschrieben hat? Gut, dann nicht. Okay. Dann hast du es nicht verstanden, was ich wollte. Was hat Hadi mal in einem Chat geschrieben, bei einem Trash-Night-Game? Das N-Work? Nein. Nix damit. In einem Trash-Night-Spiel hat er nochmal was in den Chat geschrieben. So, jeder darf jetzt ein Schild schreiben. Da. Wo sind denn die ganzen Tiere hin? Hm. Da und da. Kriegst du ein Schild? Nein, nein, jetzt hat er, ja, gib Alex ein Schild. Gib mal. Ah, nice. Sehr schön. Ich hab das aufsehen aufgenommen, das war nicht bewusst. So ist brav. Boah, mir fällt nichts an, was ich schreiben soll. Ach, scheiße, zu wenig Platz. Nur ein Schild. Nein. Scheiße. Scheiße. Okay. Wenn ich jetzt richtig geschrieben hab, ich hoffe. Ihr seid hier wieder freundlich. Was hast du denn geschrieben? Die Welt muss verschönert werden. Ah, okay. Das ist doch wirklich schön freundlich, was Per geschrieben hat. Ja, ja. Ja, das war's nochmal. Was ist eigentlich nicht so ernst gemeint? Das sind nur... Mal gucken, wie die anderen aufhängen. Den wohl allen, die fehlen. Ja, Leute. Da würde ich mal sagen. Genau. Das war's von der Folge. Hallo, Ryan. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.